Anhänger der iranischen Opposition und des nationalen iranischen Widerstands haben auf dem Pariser Platz gegen Todesurteile und die Verhaftung von Frauen und Journalisten im Iran protestiert. So soll beispielsweise die Iranerin Ashtiani wegen angeblichen Ehebruchs gesteinigt werden. Auf Plakaten und mit Sprechchören forderten die Demonstranten die sofortige Freilassung der zum Tode verurteilten politischen Gefangenen.